Hallo ihr Lieben, das ist wieder eure Katrin und heute möchte ich auf Wunsch eines Zuschauers einfach mal meine DVD, Blu-Ray und VHS Sammlung zeigen. Das könnte ein längeres Video werden, weil auch da gibt es eine Menge schon in meiner Sammlung. Ja, hier haben wir die ersten drei. Jurassic World, da habe ich diverse Ausführungen. Es sind so verschiedene DVDs in der Box. Sieht ziemlich cool aus, aber im Laufe des Videos werde ich mich einfach nur auf Zeigen beschränken, denn sollte ich zu jeder DVD etwas sagen, dann wird das Video definitiv zu lang. Ich habe Filme, ich habe Dokus. Ich habe eigentlich, was das angeht, eine ganze Menge. Ich habe mir zwitional eine gute Idee, in berühении für mich. Schüsse Oh ben, du kannst es nicht gut gehen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn auch inhaltlich heute natürlich weitaus veraltet, aber dennoch ist es immer wieder schön, diese alten Folgen zu sehen. Leider gibt es die nicht auf DVD, die wurden nie übertragen auf DVD oder so, ja. Deswegen gibt es leider nur die Kassetten, aber diese Doku gibt es auch auf YouTube. Die hatte ich da auch schon entdeckt, ja. Alle vier Folgen gibt es auf YouTube, ja, braucht man sich nur raussuchen. Und, ja, mit diesem schönen Bild klinke ich mich dann auch schon wieder aus. Sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben und Bye!